Lust auf eine erholsame Alternative zum hektischen Trubel in Chicago? Nur 60 Minuten vom Chicago O'Hare International Airport liegt Rockford, die Stadt der Gärten und Flüsse am schönen Rock River. Hallo und herzlich willkommen in Rockford, Illinois. Mein Name ist Heike und ich freue mich heute mit Ihnen einige der kulturellen und Outdoor-Angebote dieser gastfreundschaftlichen Stadt zu entdecken. Beginnen wir gleich am Fluss beim Niklas Conservatory and Gardens. Der große Wintergarten mit seinem atemberaubenden Gewächshaus voll tropischen Pflanzen, Wasserfällen und Skulpturen ist der perfekte Ort, um auszuatmen. Von hier ist nur ein Katzensprung zur Uferanlage, die Sie per Fahrrad oder Kajak erkunden können. Ebenfalls berühmt für faszinierende Naturschönheit sind die preisgekrönten Anderson Japanese Gardens. Im Stil des 12. Jahrhunderts angelegte Gärten mit Teichen, Laternen und Pagoden. Wie wär's mit einem schönen Spaziergang oder Tee im Sukiyah-Stil-Teehaus oder ganz abschalten im Garden of Reflection. In Stimmung für einen schönen Ausgehabend? Das Coronado Performing Arts Center ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1927 ein heißer Tipp. Herrlich kitschig und mit toller Atmosphäre lockt es seit jeher große Künstler auf seine Bühnen. Man kann es aber auch ganz schön aufdrehen in dieser entspannten Stadt. In Rockford ist nämlich der älteste familienbetriebene Harley-Händler der Welt. Seit der Gründung in 1912 hat die Familie Kegel ihre Harley-Davidson-Dealership geradezu in einen Pilgerort für Harley-Fans aus der ganzen Welt verwandelt. Abgesehen von den vielen Harley-Modellen finden sie auch Biker-Zubehör und Ausrüstung sowie beliebte Sammelstücke. Und nun für die ganze Familie. Wie wär's damit, das Leben eines jungen T-Rex-Dinosauriers im Rockford-Burphy Museum of Natural History zu erkunden? Dieses bedeutende, von ansässigen Forschern entdeckte Skelett ist in der preisgegründeten Ausstellung Jane – Diary of a Dinosaur hier präsentiert. Es gibt auch eine interaktive Children's Gallery sowie ein Viewing Lab, in dem Besucher der Bearbeitung von neuen Entdeckungen zusehen können. Von idyllischen Gärten zu historischen Theatern, von Harleys zu Dinosauriern, all das finden Sie in Rockford, Illinois. Kommen Sie uns doch einfach mal besuchen!